Mach es dir einfach bequem und spür mal die Nähe zu dir selber, die Nähe zu deinem wundervollen Körper und mache dir bewusst, dass dieser Körper eng verbunden ist mit Mutter Erde, ein Körper, der für dich da ist und du für ihn. Werde dir deines Geistes bewusst, mit dem du lenken kannst deinen Atem und werde dir auch bewusst deiner Seele, der Teil, der immer heil ist, immer ganz ist. Immer lichtvoll, immer Segen bei sich trägt, die höchste Form der Liebe, immer verbunden mit der höchsten Quelle, von der auch du ein Teil bist. Und noch einmal, atme noch einmal hinein durch das Drüsensystem, spüre deinen Herzraum, deinen Bauchraum, lass ihn weit werden und atme aus, spüre wie die Wellen um dich herum alles nach außen katapultieren. Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online-Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema Natürlich, Gesund, Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum, dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress, wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des Gesundheitsimpulskongress-Teams.